Klaersenk aus Innsbruck. Als ich einmal lange überlege, ob ich etwas sagen soll und ob ich wieder machen soll zu diesen Geschehnissen, was die Nationalratswahl anbelangt. Aber heute, am Freitag, habe ich mir gedacht, betrifft der Schlag. Höre ich im Radio, wie der Herr Nehammer, der Totengräber der ÖVP, der mit minus 11 Prozent ein Ergebnis eingefahren hat, wie es die ÖVP noch nie gehabt hat. Im absoluten Sinkflug. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Der Herbert Kickl ist gescheitert. Jetzt stellt euch das einmal vor. Der größte Verlierer dieser Wahl sagt, dass der, was gewonnen hat und die Fraktion gescheitert sind. Nur, warum? Weil wir einen Bundespräsidenten haben, ob einer senil ist oder nicht, lasse ich im Raum stehen. Was er jedenfalls ist, ist überfordert. Der praktisch erstmalig, erstmalig, 1,4 Millionen Wählerstimmen für ungültig erklärt hat. Indem er gesagt hat, nein, das, was die Leute gewählt haben, das braucht man nicht. Ich beauftrage einen anderen, den größten Verlierer. Also ich muss sagen, das sind Zustände. Also in einer Bananenrepublik, da muss ich dazu sagen, sowas hat es noch nie gegeben. Und ich glaube, es wird Zeit, dass die Vernünftigen langsam aufstehen. Weil das ist das Ende der Demokratie. Wir brauchen ja nicht mehr wählen gehen. Es braucht keiner mehr wählen gehen. Zukünftig sollen sie machen, was sie wollen. Nein, so soll es aber nicht sein. Für diese Demokratie haben uns unsere Vorfahren, unsere Väter und Großväter gekämpft, dass wir sie gekriegt haben. Und das darf man nicht so einfach sich gefallen lassen. Und jetzt wird genau wie in der Corona-Zeit wieder ein Keil zwischen die Bevölkerung getrieben, wieder zwischen die Guten und die sogenannten noch Besseren und die Bösen. Nein, das kann jetzt nicht sein. Also wie gesagt, ich kann nur meinen Appell von Innsbruck aus hinaus senden in ganz Österreich. Und ich hoffe, das wird so wie meine Videos, meine kritischen in der Vergangenheit auch sehr oft geteilt worden sein, wird verbreitet. Wir müssen aufwachen, wir müssen aufstehen. Wir können uns nicht gefallen lassen, dass dieses abgekartete, schon lange vor der Wahl beschlossene Spiel ohne Widerstand der Bevölkerung durchgezogen werden kann. Also bitteschön, es werden auch Veranstaltungen stattfinden. Bei uns jetzt am Sonntag, den 27. Tirol steht auf. Kann nur jeden animieren, da dabei zu sein. Und außerhalb in anderen Bundesländern werden sich die Leute hoffentlich auch etwas einfallen lassen. Auf alle Fälle, wir waren betrogen und belogen und das sollten uns nicht gefallen lassen. Macht es gut, wir hören uns wieder. Servus und Hoch Tirol!